Kann man ungelebte Lebensträume von Seele zu Seele weitergeben? Es ist ein heißer Augusttag und ich stehe auf einem staubigen Campingplatz irgendwo in Bielefeld. Hier in einem großen Blechkarawan lebt Jürgen und Jürgen verkauft sein Motorrad. Deswegen bin ich hier. Wir begrüßen uns per Handschlag, er gibt mir eine kurze Einweisung und kurz darauf sitze ich auf dem Motorrad, drehe eine Runde und merke sofort, es ist genau die Maschine, die ich suche. Und ich erzähle Jürgen von meinem Plan, dass ich von Deutschland aus bis in die Mongolei reisen möchte und wieder zurück. Doch als ich ihn anschaue, blicke ich nur in ein versteinertes Gesicht und zwei traurig aussehende Augen. Ich unterzeichne den Kaufvertrag, wir verabschieden uns und er dreht sich um und geht zurück in seinen Karawan. Seine Frau Doris folgt ihm. Nach ungefähr 100 Kilometern auf der Autobahn mache ich eine Pause und ich nehme mein Handy raus und sehe überrascht, dass Doris mir eine Nachricht geschickt hat. Und sie schreibt, lieber Thomas, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Motorrad. Ich möchte, dass du eine Sache weißt. Jürgen träumt seit zehn Jahren davon, mit diesem Motorrad die Welt zu bereisen. Als er endlich in Rente geht, bekommt er die Diagnose Darmkrebs. Innerhalb weniger Wochen wird er so schwach, dass er das schwere Motorrad nicht mehr halten kann. Ich bin die siebte Person, die sich das Motorrad anschaut. Sechs Mal zuvor hat Jürgen es nicht übers Herz gebracht, sich davon zu trennen. Wir wünschen ihr allzeit gute Fahrt und viele gelebte Lebensmomente. Als ich das lese, packe ich das Handy wieder weg, ich steige aufs Motorrad, ich starte den Motor und ich spüre, wie unter meinem Helm dicke Tränen über meine Wangen laufen und von meinen Wangenpolstern aufgesaugt werden. In diesem Augenblick realisiere ich, dass diese Reise nicht einfach nur eine Reise ist, sondern ein viel zu lang aufgeschobener Lebenstraum zweier Seelen. Und wir haben verdammt nochmal keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn du auch der Meinung bist, dass diese Geschichte auf die Bühne gehört, um sie mit möglichst vielen Menschen zu teilen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mich supportest. Ich habe mich mit diesem Video nämlich beworben für einen Redner-Contest. Germany's Next Speaker Star. Und Social Media stimmt darüber ab, welche 20 besten Videos auf der Bühne landen. Ich bin momentan unter den Top 40 von 355. Ich bin also gut im Rennen und es fehlt nicht mehr viel. Jede einzelne Stimme zählt. Was du machen kannst, um mich zu supporten, ist einmal den Link klicken, den ich unterm Video verlinkt habe und einmal das Häkchen setzen. Und das ist alles. Keine Anmeldung nötig und gar nichts. Mir bedeutet es die Welt und ich glaube, Jürgen würde sich ebenfalls freuen. Vielen, vielen, vielen Dank! Wie die Geschichte weitergeht. Ein halbes Jahr, nachdem ich das Motorrad gekauft hatte, habe ich mich auf die Socken gemacht. Von Deutschland mit dem Ziel Mongolei. Ich bin über den Balkan gefahren, über die Türkei, den Iran, Turkmenistan, Usbekistan, der Pamir Highway in Tatschikistan, Kyrgyzstan und bis Kasachstan. Alle zwei Wochen ungefähr habe ich Jürgen per WhatsApp ein Update geschickt, immer wieder Fotos geschickt, Reiseberichte geschickt über das, was wir erlebt haben und was uns so bewegt. Und obwohl er mir nie geantwortet hat, hat mir Doris versichert, dass er sich noch jedes Foto anschaut und sich auch jeden Text durchliest und sich darüber sehr freut. Als wir in Kasachstan angekommen sind, habe ich dann die Nachricht bekommen, dass sich Jürgens und mein Weg für immer getrennt haben. Die alte Afrika Twin, die habe ich nach wie vor. Sie begleitet mich auf fast jeder Reise. Ich habe mittlerweile über 90.000 Kilometer mit ihr zurückgelegt, 39 Länder bereist und es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. Und ich weiß ja auch, dass ich einen starken Schutzengel da oben habe. Dankeschön für euren Support! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!